Willkommen zurück und ich hoffe ihr habt mir noch was da gelassen. Wo seid ihr eigentlich? Ja, ein Medipack liegt hier oben. Ach, ich hab sogar noch eins. Ja, ich würde gerne eins benutzen, aber weißt du, weil ich hab nur noch so halbe Lebensenergie. Darf ich das denn nutzen und mitgeben? Ich bin noch voll. Gut. Nur, dass du mir das nicht wegnimmst oder so. Ich garantiert nicht. Ja, hätte sein können. So, wir können gerne weitergehen. Ja. Wo steht denn hier? Was steht da? Better safe than sorry? Sorry, better safe than sorry. Okay. Hat einer Spaß gehabt oder so? Ja, bestimmt der Smoker. Wir müssen aufs Dach. Oh nein. Was? Oh nein. Ich hab ganz böse Erinnerungen gerade. Warte mal, wir sollten uns hier nochmal umgucken. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass da gleich irgendwas kommt. Zumindest kommt's mir bekannt vor hier alles. Quick bye! Mit so'n Tintenfisch. Wie geil. Ja, da drin ist ja nicht wirklich viel, ne? Was man jetzt mitnehmen könnte, so an Rohrbomben und so. Aber bin ich runtergefallen. Müssen wir uns dann hier wieder verteidigen, oder was? Ja. Wollen wir? Wie kriegt man denn das Tor hier auf? Ach, da ist ein Loch in der Wand. Ja, komm, äh, wir müssen ja erstmal laufen, um zu wissen, was wir überhaupt machen sollen, ne? Überleben. Halt, schieb hier hinten, gehst du irgendwo lang? Glaube ich. Oh nein, hier ist ein Generator. Hilfe, am Tor. Wir kommen. Okay. Der Bill hat mich beschützt, das ist sehr gut. Der war ganz flott. Okay. Ich hab ihn aufregeln, ey. Ich bin nett, ey. Okay. Hier lang. Irgendwo ein Kotzer, ne? Oh, hier ist, äh, Muni. Und noch ne Waffe. Munition. Soll ich mal na... Soll ich... Ich nehm mal die andere Waffe, damit es nicht so langweilig wird, ne? Mhm. Sieht auch viel geiler aus, irgendwie. So. Wo? Kommt ihr mit? Ja. Ich bin hier... Hier war ich schon. So, hier, das ist... Oh. Wow. Den hast du auf mich umgelenkt. Hauptsache. Ich weiß nicht, wo wir lang müssen. Äh, ich würd' sagen, hier über die Sackbarrikade, mal. Ach, da kommen wir rüber, eh, dann. Und dann hier so, die Straße entlang. Hallo. Mach mal ein auf Indiana Jones. 84- Der Hunter ist aus dem Hunter. Oh ja, Hunter, guck. Oh ja. Ich schrei mich nicht so. Ich bin sensibel. Schrei mich nicht so an! Okay. Eine wunderschöne weiße Wand. Wie geht's noch rein? Nachkampfer für gegen Magnum eintauschen. Nö. Defi? Ohhhh. Was ist das denn hier? Deine Waffe ist so laut. Ja und? Alter. Oh ja, erst mal hier verboten, die ganze Fenster festschmeckern. Da ist ein Hunter. Hier dann vorbeispringt und dann auf dem Boden so totgeschossen wird. Echt geil. Sollen wir hier geradeaus gehen? Nimm das ja. Warte. Hier ist nichts drinnen. Gerade. Hier ist irgendwo ein... Oh, dann zähle ich. Ich will ihn auch anschießen. Und dann gehen wir jetzt hier lang, wo der Elke war. Ich will auch! Ja. Ja. Da ist ein Schleim. Verdammt, das tat weh! Hör auf nachzuladen. Ich fliege immer so schön. Hier ist ein Witch. Denk dran, Naika. Da ist ein Boomer. Siehst du die? Noch nicht. Da ist sie doch, ne? Hm? Hm? Hm. Die sitzt, glaub ich, da oben drauf, oder? Ist sie da drin? Hm, hm. Die ist hier oben drauf bestimmt. Lass mal hier weitergehen. Oh ne, hier geht's nicht weiter. Wir müssen durch dieses verdammte Gebäude durch. Eine Pragerie. Hm? Hey, hör auf damit! Womit denn? Oh oh. Oh oh. Ich werd mal ne Bombe hier. Hallo? Hilfe? Nee, danke. Ich denke mal, wir kommen durch das Gebäude da oben hoch. Ja. Na gut, da lass mal. Ach so, wir kommen hier gar nicht durch. Hm. Ich sag dir geht's weiter. Dann müssen wir über den LKW klettern. Boah, diese, diese Musik von der Witch, die ist so scheiße. Sitzt sie da? Ja. Ja, wir müssen aber durch. Ich trau mich jetzt auch nicht weg zu gehen. Sch- schießt du sie an? Ich bin durch, ich bin durch, ich bin durch. Warte, sie ist gerade aufgeregt. Ja. Alter. Wir wollen dann der Witch vorbei sneaken. Ach, scheiße, der ist jetzt bitter. So ne Kacke. Genau. Oh, die sollen da vorbeikommen. 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 Oh. Sie ist gestorben, bevor er sie, bevor sie ihn zum Boden reißen konnte. Ich heil mich mal eben. Bist du in den Boomer wieder? Das war klar, dass die Idioten nicht schnell genug dran vorbeikommen. Hier ist eine Leiter übrigens. Wo? Wo ist der Boomer? Die sollen Gabelstabler sein und ich sehe sie auch schon. Oh! Bleib doch noch stehen! Ich will eine andere Waffe. Ja. So. Hallo? Ja. Ich bin angemacht. Jetzt müssen wir uns da draufstellen, oder was? Wir können hier hoch. Von wo? Hat jemand was zu werfen? Äh, ja. Werf mal dahin, wo die kommen. Wo die lang gehen. Na, wer? Hier. Ah! Ja gut, das ist ein Teilwisch. Oh! Das ist ja doof. Ach, wir müssen alle das Auto. Wo müssen wir hin? Hinter dir! Ich glaube, da hinten. Ich glaube, da hinten. Oh, ich sollte mich heilen. Deckung! Wow, hier hinten kommen ganz viele. Wo bist du da hinten? Ja, du hast gesagt, auch hier hinten. Ja, du hast gesagt, auch hier hinten. Nicht da hinten. Da hinten. Da hinten. Ja, bist du in diese Richtung gegangen, dann dachte ich, wir müssten da lang. Was sollen wir denn hier noch müssen? Ach, nee. Jetzt bin ich falsch. Entschuldigung. Ja, alles geht. Ich wasche hier jetzt mal durch. Ich bin gerade übrigens extra die kleine Pistole, weil die einfach schneller schießt als die anderen. Ah, hier hinten muss man lang. Ja. Mein nicht so. Nee, ich bin falsch gegangen. Ich hab die Orientierung verloren. Unverstanden. Lenn nicht weiter. Wir sind hier hinten fest. Wir stecken hier fest so. Das wollte ich sagen. Boah, Hilfe! Alter. Lenn nicht weiter. Wir sind hier hinten fest. Boah, Hilfe! Alter. Wir sind da. Wunderbar. Habe ich doch. Wunderbar. Moment. Ich hole dich schon wieder auf die Beine. Oh! Wer soll sich hier die Pillen nehmen, hat die Seite. So. Wir müssen hier weiter lang, ne? Komm, wie? Ich bin überhaupt nicht übertrieben. Nee. Oh, nie! Rohrbombe! Rohrbombe, schön. Hast du die Mitte noch? Nee, nimm du die. Ich hab noch. Hier ist auch Molly. Alter! 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 Erstmal weitergehen hier, wo? Ich versuch. Wo bist du? Darunter. Oh. Ich bin hier oben auf der Strecke. Lass du in Ruhe? Was ist das? Boah, hier ist ein Schleim! Hinter dir! Tani, dreh dich um! Ich bin doch hier! Ja, ich hing da gerade in der Tür, weil sie ein Schleim gezogen hat. Die Deckung klappt gut, hm? Wir müssen übers Dach hier. Oder können. Alter! Alter! Hier geht's weiter. Alter! Hörn die auch mal irgendwann auf? Boah, ich schieße einfach irgendwo. Sei froh, dass ich überhaupt schieße. Dahinten ist der Take-Room. Wir müssen da vorne wo die anderen rumkommen. Dürfen die das? Ha ha ha! No, los! So, stell Tür zu! Oh mein Gott. Puh! Das war echt heftig, dachte ich? Ja. Ich glaub, dein Bäuchlein streichelt. Die Witsch war der Burner. Ja. Hier ganz elegant ran vorbei und die kannst du knicken. Ich bin zu alt für diese Kacke, sagt er. So, dann tschüss und bis gleich.